Musik 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 Fünft Wir sind in Guangzhou, China und gerade haben wir schon ein bisschen was auf der Stadt gesehen. Sehr urban wirklich und auch ein bisschen dunkel, alles irgendwie so Betonwüste. Und jetzt haben wir hier das klassische China, wieder der Kontrast zwischen moderne und dieser klassischen Bauweise. Das ist die Blumenpagode und die ist über 700 Jahre alt. Hier muss man so Münzen reinschmeißen, das soll Glück bringen. Hier sehen wir übrigens ein Hakenkreuz, aber es ist nicht wirklich ein Hakenkreuz, sondern es ist hier ein Symbol für Glück, hat also nichts mit Nazis zu tun. Wir sind hier während der Feiertage und es ist eine ganz wunderbare, aber auch festliche Stimmung hier in dem Tempel. Die Menschen bringen Opfer und zünden Räucherstäbchen an und beten vor diesen Häusern. Hier sind wir zum Beispiel. Also es ist eine ganz ruhige, beschauliche, aber auch festliche Atmosphäre. Das ist sehr schön. Hey. Hey. Hey da. Hier drauf. Wie gehört. Hier, wo die Chinesen ihre Mischung aus Fußball und Federball spielen, das ist die Insel Shamian, eine künstliche Insel, die heute wieder chinesisch ist, aber früher einmal europäisch war. Und das sieht man jetzt heute noch am architektonischen Einfluss. 1842, nach dem ersten Opium-Krieg, ging dieses Gebiet hier an die Briten und die haben sich dann quasi hier eingenistet. Später kamen auch noch Franzosen hinzu und heute sind dann auch noch die Gebäude dann so geprägt europäisch, wie wir an den ganzen Fassaden hier sehen. Aber nicht nur die Engländer und Franzosen haben ihren Einfluss hier, der auch immer spürbar ist, sondern auch wir. Das war's, aber auch schon immer mal. einen kleinen Auf dem chinesischen Markt hier haben wir also ganz viele verschiedene Tiere oder die Tod- oder Lebendtier verkauft werden. Wir haben Skorpione gesehen, daraus macht man Suppe. Also man kocht die quasi aus, schmeißt die hinter weg und dann löffelt man die Suppe aus. Das auf dem Stäbchen, das waren Geckos, getrocknete Geckos, sollen gut gegen Rheuma sein. Und wir haben jetzt auch Katzen und Hunde gesehen, ganz süße Welpen. Und es ist tatsächlich so, dass die auch gegessen werden. Das ist für uns natürlich unvorstellbar. Und ja, manchmal nur grausam. Mich fühlt das überhaupt nicht in Ordnung, aber wir essen auch, ich nicht, aber viele andere essen auch Schwein und Rind. Das ist natürlich eigentlich genauso schlimm. Und man kann jetzt natürlich nur hoffen, ob vielleicht einige die Tiere vielleicht doch süß finden und dann einfach so mit nach Hause nehmen. Unser Tourguide hier, unser Führer, der sagte, er isst keine Katze. Na ja, schon mal ein Lichtblick. Deine Frau, das war ein Licht, aber ich glaube auch, das ist nicht das eine Katze. Ich könnte es nicht nur hoffen, nur ein Licht zu verstehen. auch wieder ein Licht zu verstehen. Also, das ist jetzt nicht in der Bildung,